Die Supercupa de España ist ein spanischer Fußballwettbewerb und wird seit 1982 alljährlich zwischen dem spanischen Meister und dem spanischen Pokalsieger ausgetragen. Gewinnt ein Klub sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal. So muss er seit 1996 im Supercup gegen den unterlegenen Finalisten des Pokalwettbewerbes antreten. Bis 1995 wurde dem Double-Gewinner automatisch die Supercup-Trophäe verliehen. Dieser Fall trat in der Geschichte des Wettbewerbs zweimal ein. 1984 und 1989 gewannen Athletic Bilbao bzw. Real Madrid auf diese Weise den Superpokal. Die Vorgängerwettbewerbe waren die Copa de Campeones, die Copa Presidente Federación Española de Football, die Copa de Euro Argentina und die Copa Eva Duarte. Die Rekordmarken des Wettbewerbs werden vom FC Barcelona gesetzt. Mit elf Erfolgen ist der Verein Rekord-Supercup-Sieger und mit 20 Beteiligungen der Rekordteilnehmer. Rekordspieler des Wettbewerbs sind mit je 14 Spielen die ehemaligen Barca-Akteure Guillermo Amor, Pep Guardiola und Javi. Rekordtorschütze ist der Argentinier Leine Messi mit elf Toren, die er alle für Barcelona schoss. Die Endspiele im Überblick Rangliste der Sieger-Rekordspieler Rekordspieler des Wettbewerbs